Ein Impuls aus dem Baumhaus. Manche Sachen sollte man zwei, dreimal hören und dafür ist auch dieser Kanal ganz gut. Impulse aus dem Baumhaus. Das Thema heute lautet die 5x3-Methode. 5x3-Methode besagt, dass man sich immer auf die wichtigen Sachen konzentrieren soll und morgens das erste, woran man denken sollte, ist, was sind die drei wichtigsten To-Dos des Tages. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, man kann das dramatisch machen, man kann das genau auf diese eine Regel reduzieren. Und einfach sagen, okay, was sind meine drei wichtigsten To-Dos des Tages, aufschreiben im Kalender oder einfach auf dem Zettel, wie auch immer, und dann danach arbeiten. Dein Auftrag also, wenn du ihn annimmst, praktiziere die 5x3-Methode. Du kriegst auch noch einen zweiten Auftrag, sieh dir das Buch an oder mein Video da auf meinem Kanal und dann tu es. Tu es. Die drei wichtigsten To-Dos des Tages, das ist das Beste, was du tun kannst, eine der besten Gewohnheiten.